Hi Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Billig und Willig Nummer 2 dran aus der Röder Eigenserie Billig und Willig, sag ich jetzt einfach mal. Wir haben hier die Nummer 2, das ist mein persönlicher Favorit in der Serie. Es gibt noch 1, 3 und 4, natürlich bei 4 verschiedenen Varianten. Die Batterie kostet 9,95 und hat eine NEM von 300 Gramm, 25 Sekunden Brenndauer, Kaliber 25 Millimeter und 25 Schuss. Die Batterie ist natürlich in F2 zugelassen und hat ein Gesamtgewicht von 2,1 Kilo, was natürlich sehr schwer ist. Wie gesagt, das ist meine Lieblingsbatterie aus der Serie und deswegen würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus und zünden die Billig und Willig. Für euch noch der Hinweis, Röder ist bei mir in der Infobox verlinkt. Schaut doch gerne mal vorbei mit meinem Link und wenn ihr was bestellt, unterstützt ihr mich damit. Also, wir sehen uns zum Test. Bis gleich. So Freunde, so versprochen haben wir jetzt hier die Billig und Willig Nummer 2. Ja, also wie gesagt, das ist meine Favoritenbatterie von der Billig und Willig Serie. Und schon jetzt mal. Ja, jetzt ist meine Lieblingsbatterie. Ja, jetzt ist meine Lieblingsbatterie.